So, wir kommen auch schon zur letzten Texte, das ist, ich habe gehört, ungefähr zehn Minuten nach dem Acht wird hier die Tür zugemacht, die Annamenlager scharf gestellt, das heißt, wenn sich dann bewegt, wird erschossen, ja, und dann beginnt's, kommen wir vielleicht nicht mehr aus dem Land, aber das ist, weil wir dafür waren, das wurde nicht gemacht, aber das wäre, das wäre mal Nüring, die was gewirkt hat, jetzt, also wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind die Leipziger Rap-Szene, also das ist schade für Leipzig und gut für uns, es gibt da in Leipzig einfach nichts und wir haben aus diesem Grund noch einen progressiven Text mitgebracht mit dem Titel Ejakulat, was allerdings ein Vorspiel ist, es ist nämlich, was auch ganz gut passt, es heißt nämlich, eh, ja, cool, art, ja, wir lieben Kunst, 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 Rapper, 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 Rapper Das Tanz der Ladies, das Thema Kunst ist ein verkanntes Eloquenz in Sachen Renaissance gilt nicht als elegant Weshalb die halbe Stelle als Kunstrapper bekannt ist? Wir sind Kunstrapper, bitches, und die kennt man doch Wir schneiden tief ins Ohr wie Vincent van Gogh Viele halten ein Museum für ein Rentnerloch Doch die Kunst ist eine Kerze und noch brennt der Docht Darum schwinzt jetzt die Ohren noch, wenn euch längst die Schlüpper kochen Der TTZ-Kunstexpress fährt jetzt durch die Epochen Es begann bei den Steinzeitdudes in dunklen Bohnecken Die Mammuts und Ladies an die Höhle waren checken Der erste Künstler unter ihnen schmierte längst in der Rheinbreit Man nannte ihn aus diesem Grund den Banksy der Steinzeit Es war seine Philosophie, dass man nur dann Bluttext, wenn die Farbe größtenteils nach Urin und Blut schmeckt Die Antike ist für Körperfreude ziemlich interessant Das Blöde ist, den Statuen fehlen öfter Kopf und Hand Deswegen kann man sagen, gab es die Renaissance Dort bekamen die Griechen von Europa noch eine Chance Vor der Renaissance gab es natürlich noch das Mittelalter Die hatten kunstmäßig vollbegrenzte Mittelalter Ja, warum es auch dunkel genannt wird, das wissen wir nicht Schwendeten die brennenden Hexen doch ziemlich gutes Licht Der Barock danach war vor allem in Holland richtig geil Aber dann kam die Flut und die Epoche war vorbei Nach der Ebbe kommt die Flut Nach Barock kam die Romantik Der Mond war heute ein Thema und Ruinen Von Kantik im Anschluss an die Andung dieser weltvergessenen Puzzis gab es tausende von Stilen Manche Klangen gaben wie Uzzis Da, 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 dazos Real, Futur Histopointia Da, 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 da ist static Avantgarde, Abiko, Jugendstudiotismus Stilismus Nee, das ist Quatsch Pur, Kompression, Konstruktiv Da, 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 das war ein grober Überblick Kunstgeschichte First Lesson Vermessen wäre es zu sagen Nichts wurde vergessen Bei Fragen und Interesse öffnet nachher eure Fressen Das Öl der Erkenntnis trottet uns wie aus Zypressen Wir sind Kunst-Rapper-Bitches und die Kunst-Rapper kennt man. Wir sind so majestätisch wie die Bilder von der M-Bahn. Wir sind Kunst-Rapper-Bitches, sind die heftigsten Stöcher. Wir bummen so schön den Kopf. Wie die Bilder von Escher. Wer ist dieser F.C. Escher? Wasserfliss nach unten, wie der Witz schreitzt. Eine Hand zeichnet die andere, was es geht überhaupt nicht. Okay, wie man merkt, es sei der Postmodern ist sowieso jede Form passé, so dass alles Kunst sein kann, auch ein Haufen Kot im Schnee. Und weil wir das wissen, sind wir selbst Künstler in Spee, es folgt diesbezüglich eine wahre Geschichte. Kannst du so einen Beat machen vielleicht? Einen Beat in Hip-Hop? Goch, 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 Van Gogh, Goch, 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 Wiggity Goch, 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 Goch! Sonntagmorgen nach der Party steppe ich in die Galerie, Vernissage am Start, surreal wie weit da liegt. Schon am Eingang baum in Tranzen an den Piercings von der Decke. Ich ächse ein paar Vodka an der Theke in der Ecke. Die Thekenfrau ums Dringmann, finde ich, ist jetzt hier Schluss. Doch wenn er durstet, weiß ein Mann, was ein Mann tun muss. Ich sag, ich mach Performanceart so Sachen mit meinem Körper und merk, wie sie mir brodelt, wer legt den Scheißerörter. Die Leber hängt, der Schlag steht ein, ich werde ja immer dichter. Mein Sichtverblatt ganz schwammig, wie ein Bild von Gerhard Richter. Er, Expressionismus gleich lass ich es einfach fließen und den Farbenstrahl aus meinem Hals über den Tresen schießen. Die Frauen kreischen laut, die Galeristen sind begeistert. Mein neuestes Werk ist aus Mensch mit Kotze begleistert. Sofort regen ich eine aller Orten auf mich ein. So einfach ist das also ein Kunstart zu sein. Die Zeitungen sind voller von allen Titeln, sie ist fett. Ich bin Kunst-Rapper-Bitches-Kollektiv TTZ. Wir sind Kunst-Rapper-Bitches und sowas ist selten. Unsere Kunst kommt von innen wie bei Körperwelten. Alle Farben dieser Welt vermischt mit unserer Spucke. Wir machen nicht nur Druck, wir machen auch Druck. Wir sind Kunst-Rapper-Bitches und die kennt man doch. Unsere Rides gehen tiefer als das Sonnen-Maloch. Und wenn du denkst, du könntest uns mit deinem Fachwissen betrennen, wir können dich gern als Action-Painting an der Staffelei aufhängen. Deine Fresse sieht dann aus wie abstrakte Gemälde, total blutig, ohne Form und ohne Backenzähne. Eine Leitwand wie von Pollock, voller Scratches und Itches, signiert von TTZ. Wir sind Kunst-Rapper-Bitches. Kunst, 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 Kunst. Ihr merkt, irgendwie dreht sich alles doch im Kreis. Und irgendwie ist immer was anderes, der weißeste Scheiß. Sie merkt Kunst wie auch in jedem anderen Gebiet. Es rückt halt alle paar Jahre jemand anders auf repeat. Anders auf repeat. Anders auf repeat. Anders auf repeat. Ananananananananana. Kunst, Kunst, Kunst. Rapper-Bitches ist das hier. Vielen Dank.